Und der X-Wagen 3716 am Samstag. Ist auch noch sehr neu, dass am Samstag jetzt einmal ein X-Wagen fährt. Habe ich auch noch nie erlebt. Die waren da drinnen, Leute. Und der X-Wagen Richtung Asthmaenstrasse. Heute fahren bleiben. Erstens Wochenende. Und der zweite X-Wagen am Wochenende das erste Mal Richtung Asthmaenstrasse. Zwei fahren Asthmaenstrasse, zwei fahren. Ein auf der Seestadt. Zur zweiten Asthmaenstrasse ist der 3718. Das ist das erste Mal, dass drei X-Wagen am Wochenende fahren oder überhaupt am Wochenende. So cool. Sehr, sehr cool. Sehr, sehr cool. Und der zweite X-Wagen Richtung Asthmaenstrasse. Und der dritte fährt dann Seestadt. Und der dritte X-Wagen Richtung Seestadt. 327. Und der dritte Richtung Seestadt. 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 Ja.